So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Letztens wurde ja schon der Januar-Event-Kalender angekündigt. Ich habe in dem Moment dann aber kein Video dazu gemacht, weil ich an dem Tag schon zwei, drei andere Sachen hochgeladen hatte. Für die nächsten Tage auch andere Pläne hatte. Jetzt möchte ich euch eigentlich in die Weihnachtszeit entlassen, sagen wir es mal so. So, ich entlasse euch in die Weihnachtszeit. Das nehme ich jetzt auf für den 24., also für den Heiligabend. Die meisten sind ja dann erst am Abend bei der Familiebescherung und alles. Vielleicht guckt es sich ja einer noch an am 24., am Heiligabend. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine frohe Weihnacht, besinnliche Feiertage. Denn am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag wird es von mir dann kein Pokémon-Video geben. Ich lasse einfach mal ruhen. Es wird zwar zwei Premieren abends geben, Bier-Tastings mit dem Fahrer, weil der unbedingt noch Winterbier testen wollte. Und ein anderes Tasting. Das läuft halt. Wer da abends mal da sitzt oder so, der kann da mal reingucken. Oder guckt es euch dann irgendwann in Ruhe nächsten Tag an. Wenn die Eltern noch schlafen, dann kann man das Kind schon vor das YouTube setzen und sagen, guck mal, die trinken Bier. Zwei Stunden. Auf jeden Fall, ja. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr eure Feiertage so verbringt. Wir wollen jetzt aber uns auf die Inhalte im Januar konzentrieren. Denn hier ist wieder mal in sechs, sieben Grafiken aufgeteilt, was uns im Januar erwartet. Featured Pokémon, Borreos, Voldolos, Demeteros. Was halt natürlich schon wieder nicht passt. Weil Voldolos ist ganz ganz rechts. Und das in der Mitte ist Demeteros. Also ist schon wieder vertauscht. Aber das sind die Tiergeistformen. Ihr kennt ja die Wolkengeister. Die haben alle eine Tiergeistform. Die Tiergeistform ist meistens besser als die normale Wolkenform. Und ich hatte am Main-Account damals alle drei in 100% auch auf Level 50. Das war richtig krass. Der Demeteros ist einfach ein richtig krasser Gesteins... Ne, Boden. Boden ist das, glaube ich. Bodenangreifer. Oder doch Gestein. Ach, das ist schon so lange her. Voldolos. Auf jeden Fall richtig krasser Elektroangreifer. Also die zwei sind nützlich. Borreus, naja, den hat man von Blood and Tears in Glücks-Shiny 100% bekommen. Aber nützlich war das nicht. Das sind die Dinger jetzt von Januar, die als Raid-Boss erstmal angekündigt wurden. Weil das ist das, was die meisten Leute interessiert. Ich mache das mal kurz klein. Gehe nochmal hier rüber. Die kommen, die sind ja jetzt schon hundertmal da gewesen. Und bekommen besondere Attacken. Borreus bekommt Polar-Orkan. Voltolos bekommt Donner-Orkan. Und Demeteros bekommt Wüsten-Orkan. Ob die jetzt mächtiger und besser sind, als die Attacken, die sie haben. Sie machen auf jeden Fall in Raids und Arenen 140 Schaden. Alle in Trainerkämpfen machen sie alle 60 Schaden. Senken den Angriff des gegnerischen Pokemons. Das ist auch bei allen gleich. Ich habe mit den Teilen noch nie in der GBL gekämpft gehabt. Damals. Ich habe die einfach immer nur für Raids dann genommen. Voltolos, Demeteros waren da oft dabei. So. Nächste Seite. Wow. Wie das hier vonstatten geht. Das ist aber nicht alles. Denn nicht nur die 5er Raids mit Borreus, Voltolos, Demeteros kommen. Davor habt ihr eine kleine Zeit lang wieder mal Ultra-Bestien. Das ist wieder total bescheuert. Es ist nämlich Mosquito, Voltrian, Chabelle zur genau gleichen Zeit. Vom 1. bis zum 10. Januar. Dann folgt 10. bis 17. Januar, Borreus. Dann folgt 17. bis 24. Januar, Voltolos. Und dann als letztes 24. bis 31. Januar, Demeteros. Drei zur gleichen Zeit, aber keine Sorge. Die sind aufgeteilt. Das heißt, wir bekommen Chabelle in Europa, Naha, Osten, Afrika, Indien. Und das ist für mich auch wieder mal das Nutzloseste von den Ultra-Bestien. Denn Voltrian ist auch ein richtig krasser Elektroangreifer. Mega stark. Den gibt es aber nur im Asia-Pazifik-Raum. Mosquito, der in der GBL ganz chillig ist. Ansonsten für Raids nicht so. Da ist Voltrian wieder besser. Den findet ihr, Mosquito in Grönland, Amerika. Aber da hatte ich damals schon zum Hannes gesagt, der gefällt mir. Der sieht krass aus. Wenn er dann irgendwann kommt und als Shiny eingeführt wird, werde ich so viele Raids machen, bis ich den in 100% habe. Jetzt ist er zwar wieder da, wird aber nicht in Shiny eingeführt. Ich habe keinen Main-Account mehr. Ich spiele nur noch Free-to-Play. Ist egal, werde ich nicht kriegen. Denn ich habe auch keine Fan-Raid-Pässe auf dem Habanero-Free-to-Play-Account. Ich kann also nur vom 1. bis 10. Januar wohl Chabelle-Raids machen. Oder ich mache einen Chabelle für den Pokédex-Eintrag und mache dann irgendwelche anderen Raids, um meine Trainer-Hoffnungsmedaille zu pushen. Euch würde ich empfehlen, macht Voltrian-Raids, wenn ihr ein richtig starkes Pokémon haben wollt. Müsst ihr aber dann wahrscheinlich über Fan-Raids machen. Das war ja bei Raids für Zuschauer immer eine gute Sache. Aber ja, also Raids für Zuschauer würde sich da vielleicht lohnen, um euch Mosquito Voltrian anzubieten, während Chabelle einfach außen vor bleibt. Ansonsten gucke ich mal, dass wir zu jedem irgendwie Raids für Zuschauer machen können. Die sind ja immer am Sonntag. Was da halt gerade da ist, wird dann halt gemacht. Aber Mosquito fand ich mega cool. Den hätte ich unbedingt als Shiny oder in 100% haben wollen. Und natürlich die Shiny-Form, aber die Ultra-Bestien wieder nicht in Shiny verfügbar. Und bei uns leider nur Chabelle. Gleichzeitig bekommen wir aber auch Mega-Raids. Und da beglückt uns Mega-Ampheros vom 1. bis 10. Januar, solange wir die Ultra-Bestien da sind. Wenn ich also keinen Voltrian raiden kann, könnte ich Mega-Ampheros raiden, um einen guten Elektro-Angreifer zu haben vielleicht. Wird bei mir aber wahrscheinlich auch wieder nur einmal sein. Und dann die nächsten Tage halt kleine Sachen, sodass ich es einmal entwickeln kann. Mega-Ampheros habe ich noch nicht entwickelt. Auf dem Habanero fehlt mir. Mega-Meditalis. Ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte, der war erst da und den habe ich schon entwickelt. Wäre dann jetzt total uninteressant. Mega-Meditalis vom 10. bis 24. Und Mega-Stahlos vom 24. bis 31. Den habe ich aber noch nicht entwickelt. Da bin ich mir sicher, bei Mega-Meditalis bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Irgendwie. Ich habe grob im Kopf, was ich schon einmal Mega entwickeln konnte. Seit dem Habanero-Account war der, glaube ich, schon mal da. Ich freue mich also auf Mega-Ampheros. Ich freue mich auf Mega-Stahlos. Vielleicht machen wir zu jedem wieder einmal auch einen Community-Raid. Was dabei ist hier? Krypto-Lavados erscheinen an Wochenenden im Januar bei Krypto-Raids. Wieder Lavados. Ist natürlich ein guter Flugangreifer, ist ein guter Feuerangreifer. Noch besserer Flug wahrscheinlich. Werde ich nicht machen, denn ich habe ja damals schon Krypto-Lavados mal ein Rate gemacht für den Pokédex-Eintrag. Das reicht mir. Das ist zu kompliziert. Alles vor Ort. Man kann niemanden einladen. Das ist mir zu viel Stress. Deswegen lieber, dass ich hingehe, zwei, drei Leute einladen kann und wir das gemütlich machen. Also bei mir, der Habanero-Account wird dann auch so gut wie keine Krypto-Raids großartig machen. Einmal für den Dex-Eintrag, aber ansonsten dann nichts. Euch würde ich aber empfehlen, da zuzuschlagen, weil es eben stark ist. Daraus ergeben sich natürlich die Raid-Stunden, die immer am Mittwoch sind von 18 bis 19 Uhr. Da sind die Raid-Stunden, die Rampenlicht-Stunden sind auch von 18 bis 19 Uhr, aber immer dienstags. Dienstag von 18 bis 19 Uhr erscheinen das entsprechende Pokémon, also vermehrt in der Wildnis. Die Shiny-Rate ist nicht erhöht. Es sind nur eben mehr Pokémon da, also überall sitzen die dann da rum. Wir haben am 2. Januar Formeo mit doppelten Fang-EP. Okay. Braucht kein Mensch. Aber, ja. Am 9. Januar haben wir Evoli mit doppelten Fang-Bonbons. Wer da noch ein paar Evoli-Formen braucht, kann sich vielleicht hier noch ein gutes Exemplar sichern. Glaziola ist da richtig gut, würde ich sagen. Und Felinara ist auch richtig gut und nützlich. Wenn ihr ein gutes Evoli kriegt, entwickelt es zu einem von denen. Dann habt ihr auf jeden Fall gut was. Dann haben wir am 16. Januar Trassler mit doppelten Verschick-Bonbons. Ist ein starkes Pokémon. Gardebar, Mega Gardebar ist ja auch alles mit dabei. Galagladi, Verschick-Bonbons. Ja, okay. Schmerbe. 23. Januar mit doppelten Entwicklungs-EP. Schmerbe hat sein Ding in der GBL wahrscheinlich. Tarn-Pignon. Das ist wahrscheinlich richtig brutal. Tarn-Pignon am 30. Januar mit doppelten Fang-Staub. Und Tarn-Pignon ist ja, glaube ich, ein Pokémon, was erhöhten Staub sowieso hat. Und dann gibt es noch doppelten Staub. Das heißt, das ist eigentlich die beste Rampenlichtstunde im Januar, am 30. Januar Tarn-Pignon. Wer Stau braucht, um andere zu pushen. Am stärksten ist für mich Trassler. Am nützlichsten ist dann Tarn-Pignon. So, Eierleit-Zugang-Ticket habe ich noch. Dankeschön dafür. Oder? Gibt es das jeden Monat neu? Ne, weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Und dann haben wir noch eine Seite übrig, und zwar die Events. Es sind nämlich auch noch Events angekündigt. Von 1. bis 3. Januar läuft das Neujahrsevent. 10 bis 20 Uhr. Haben wir ein extra Video drüber gemacht. Können danach gucken. Am 6. Januar ist der Community Day von 14 bis 17 Uhr mit, was wurde angekündigt? Letztens Bautz. Genau. Bautz ist der Community Day im Januar, am 6. Januar. 6. Stimmt das überhaupt? Ist das der? 6. Genau. Und drunter steht nämlich nochmal einer. Ist das dann ein Classic? 6. bis 10. Januar ist ein Event namens Weise Odyssee. Da steht hier noch nichts weiter dazu. Da wird auch extra was kommen. Am 14. Januar ein Raid-Tag mit Hisui Tornubdo. 14 bis 17 Uhr. Das finde ich cool. Wir haben ja Hisui Adnurai gehabt als Raid-Day. Da gab es auch ein zusätzliches Ticket, dass man neben den 6 freien Pässen nochmal 8 Pässe hatte. Die Shiny-Rate war erhöht. Ich habe glaube ich kein Shiny bekommen beim Habanero. Aus allen 14 Raids nicht. Habe dann alle 14 verschickt. Damit hier habe ich heute in den 6 Raids eins bekommen im dritten. Und das werde ich wahrscheinlich jetzt Pupsi geben, weil die fanden das schön und sie hat keins bekommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf Hisui Tornubdo und hoffe es gibt wieder ein Ticket. Und dass vielleicht jemand dieses Ticket giftet, dass ich einfach mehr raiden kann und an dem Tag mehr Spaß haben kann. Denn gerade diese Raid-Touren in letzter Zeit machen absolut Bock. Auch wenn das Pokémon mir wurscht ist, macht das Bock. 13. bis 16. Januar Feenhafte Träume. Auch wieder ein Event mit Feen wahrscheinlich. 20. Januar Community Day 14 bis 17 Uhr. Weiß ich noch nichts zu. 19. bis 24. Januar die Go-Kampfwoche. Zeitlose Reisen. Da wird es sicherlich um Kampf-Pokémon gehen. 27. Januar bis 1. Februar gestohlene Schätze. Und am 27. und 28. Januar die zwei Tage ein Krypto-Raid-Wochenende Ho-Oh 6 bis 22 Uhr. Also wer da wie Krypto-Luke gab es ja, wo man ganz viele machen konnte und konnte da zuschlagen, kann man jetzt dann also auch Krypto-Ho-Oh raiden, der auch ein starker Feuer oder auch, was hat er noch? Flugangreifer ist, genau. Da müsste ich theoretisch einen Raid machen, irgendwie vor Ort, vielleicht kriege ich wieder Hilfe, dass ich Ho-Oh im Pokédex registriere, denn der fehlt mir für die Platin-Medaille in seiner Region. Lukia habe ich als Krypto dann drin, nicht normal. Ho-Oh brauche ich als Krypto, habe ich dann auch da drin. Und dann müsste diese Region komplett dicht sein und Platin da. Deswegen, das finde ich dann wiederum gut. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Was sind eure Ziele? Also ich freue mich auf die diversen Events. Ich freue mich mega auf den Raid-Tag mit Hisui Tonubto. Das ist wahrscheinlich mein Highlight. Das mit dem Krypto-Ho-Oh, das wird wieder halt Stress und Bangen, dass es irgendwie klappt. Die Community-Days sind immer schön, aber in letzter Zeit bei dem Kackwetter halt nicht so toll. Da ist der Raid-Day, jetzt wissen wir ja, geht auch mit Auto, passt das. Ansonsten freue ich mich auf die Raids, die ich schon wieder vergessen habe, wo ich nochmal kurz reingucken muss. Chabelle freue ich mich leider nicht. Borios, Voldolos, Demeteros. Brauche ich im Pukedex genau, Demeteros, Voldolos. Ja, könnte ich täglich dann in der Raid-Gruppe posten, meinen persönlichen Raid. Weil die sind ja nützlich, nehme ich halt da was mit. Und da werden sicherlich auch ein paar Leute mitmachen. Mehr als bei Chabelle und Borios sicherlich. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Was sind eure Ziele? Habt ihr Bock auf Januar? Schreibt es rein. Auf was freut ihr euch am meisten? Und jetzt frohe Weihnachten. Ho, ho, ho.